Wir spielen The Forest. Weiter geht's! Alles beim Alten. Ich habe nichts gemacht. Wir brauchen mal das Katana. Und meine Lieben, heute gehen wir nicht in die Höhle. Wir gehen nach Hause. Wenn ich wüsste, wo unser Zuhause ist. Das oder das? Ich glaube das. Wir laufen mal da lang. Ich habe keine Lust auf die Höhle. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ich habe gestern einen neuen Kanal gefunden. Ich hatte so Angst. Das waren so Gruselvideos. Und ich hatte so richtig Angst, dass ich meiner Freundin sogar geschrieben habe, dass sie nach Hause kommen muss. Weil ich so viel Angst habe. Und sie darf auf keinen Fall klingeln, weil ich sonst noch mehr Angst habe. Und wenn ich heute in die Höhle gehen würde, dann würde ich so Panik kriegen. Und die Kamera läuft nicht. Das wäre traurig, wenn ich einen Herzinfarkt kriegen würde vor Angst. Und die Kamera läuft einfach nicht, weil sie nicht funktioniert. Deswegen, heute machen wir ganz entspannt. Ohne hoffentlich viel Panik zu bekommen. Ich habe nämlich ein kleines Trauma noch von gestern. So, aber essen und trinken haben wir alles. Guckt mal, Erik geht es schon wieder gut. Und weiter geht es. Ich glaube, unser Zuhause war auch gar nicht so weit weg von der Höhle. Sehr schön. Das ist doch ganz praktisch, oder? Da sind wir schon wieder. Oh, ich hatte aber auch echt Heimweh bekommen von hier. Schön, endlich wieder zu Hause. So, ich muss mal gucken, was hier überhaupt los war. Da haben wir noch ein bisschen zu bauen. Einmal rum? Sind wir schon einmal rum? Ja, nicht ganz. Ich gucke mal, ob die Fläche uns reichen würde. Erika, auch mal ins Ohr zu schnaufen. So. Da können wir, glaube ich, runterfallen, oder? Ich weiß nicht, wir probieren es nicht aus. Ja gut, ist aber okay, weil dann haben wir die Mauer, äh, die Treppe da noch frei. Das passt so, denke ich. Machen wir erst mal die Dinge hier fertig mit uns. Oh Gott, ach ja, wenn es nicht fertig gebaut ist, kann ich da nicht durchlaufen. Ich sollte mal ein bisschen auf das nachdenken. Ähm, ist das da hinten, unser Wagen? Ich glaube schon. Warum steht der da hinten? Ach ja, weil wir das Hausboot gebaut haben, ne? Ich erinnere mich, ist schon wieder so lange her, dass wir hier waren. Aber jetzt habe ich, wir werden hier erst mal bleiben. Wir werden hier jetzt erst mal eine ganze Weile wieder bleiben. So, da ist unser Wagen. Haben wir hier noch Holz zu liegen? Nee. Holen wir nur unseren Wagen und dann geht's los mit unserer Kettensäge. Äh, naja, ein Stamm ist da noch drauf, immerhin. So, Rückwärtsgang und geradeaus. Oh, so viele Fahnen sind hier jetzt so anstrengend. Aber ich hoffe, irgendwann sind sie alle blau. Dann wissen wir, wir haben alle fertig. Und dann, meine Lieben, können wir runter in den Krater. Erikchen, na los. Der zieht hier schon wieder so seine Show ab vom Feinsten, ne? Fangen wir hier direkt an, die alle abzuholzen machen, ne? Kettensäge. Oh, das wird gut tun. Einfach nur mal ein paar Bäume fällen. Hier noch und da noch. Und irgendwann, Raum fällt, werden wir die Insel nicht wiedererkennen, weil alles, alles kahl ist. Fällt der? Der fällt. So, machen wir gleich ganz viele. Die müssten eigentlich liegen bleiben, glaube ich. Und die spawnen nicht weg. So, hier vorne noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der darf uns nicht treffen. Ich glaube, davon kriegen wir Schaden. Den noch und den noch. Oh, tut es gut. Achtung. Schön. Das reicht erst mal. Und ich merke jetzt schon, dass mich dieses links unten richtig nervt mit den Stücken und Blättern, weil das ist was, was wir gar nicht gesetzt haben eigentlich, aber das Spiel hat da gesponnen. Und jetzt haben wir den Salat. Es wird uns jetzt immer angezeigt, dass wir das noch offen haben zu bauen, aber da ist nichts offen zu bauen. Wisst ihr, wie ich meine? Naja. Hier wieder Reo, aber ich glaube, wir haben genug Essen erst mal auf der Hand. Und Hasenfälle haben wir auch auf der Hand. Könnten wir eigentlich mal hochgehen und gucken, wo wir was einsetzen müssen. Aber das machen wir gleich. Nee, nicht den Stein, Erik. Das, ja. Gerade aus, bitte. Guck mal, jetzt haben wir ein bisschen was zu tun hier. Können wir auch gleich mal, wenn wir die zwei Dinger da fertig haben, eine Mauer ziehen. Und eine schöne Fläche machen, wo wir dann auch agieren können mit unserem schönen Garten und alles. So, mal gucken, ob wir jetzt hier durchkommen, überhaupt mit den ganzen Baumstimmen. Oh, nee. Nee, nee. So. Bisschen Flalom fahren hier, aber ist kein Problem. Genug Stücke haben wir auch. Oh, da ist irgendwas im Weg. Oh mein Gott, ist das anstrengend hier immer. So. Heute machen wir eine ganz entspannte Runde. Gott, darauf freue ich mich schon. Ohne Adrenalin, ohne Angst, ohne Aufregung. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ja, ich drinne stehe, Erik, nicht drinne stehen. So, das müsste gleich Katsching machen. Ja, sehr gut. Dann den hier noch. Und, ah nee, warte, gehen wir erstmal das Hasenfell reinmachen. Ach, das sieht so unordentlich hier alles aus. Och Gott, egal. Muss, ist halt so, ne? Wir leben in der Wildnis, da kann nicht alles schön aussehen. Dafür brauchen wir Hasenfell. Ja. Ja gut, jetzt haben wir ein Bett. Neben dem Bett ist doch auch was Schönes. So, unser Wagen. Guck mal, wie schön kahl das da schon ist. Werden wir nach und nach die ganze Fläche hier kahl machen. So, hier liegen schon die ersten in den Bomben. Nehmen wir direkt von hier vorne. So. Und dann werden wir schön am großen Dorf auch ein bisschen was bauen. Und dann mit Hängebrücken, hey, und mit Hängebrücken bis hier hin uns verbinden. Damit wir einfach nur noch in Sicherheit laufen können und schön weit oben, damit wir auch immer schön schießen können. Und dann, ich sag jetzt schon, dann können uns nicht mal die Mutanten mehr was. Gegen Kannibalen sind wir jetzt schon Profis, aber Mutanten haben dann auch keine Chance mehr gegen uns. Passt noch eine? Natürlich nicht. Leg mal ab den Spaß. So. Läufig geschmiert hier alles, super. So, und da lang. Oh, gut durchgekommen. So, Erik, das machst du super. Spielt gut mit heute, der kleine Mann hier. Reicht die eine Truhe noch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Vier Stück. Haben wir noch vier? Oh, ich glaube schon. Ja, sehr gut. Katsching. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wir gehen mal einmal langlaufen und uns angucken. Mann, hier sind aber viele Rehe. Jetzt, wo ich euch nicht brauche, seid ihr hier. Interessant. Das ist doch schon ganz cool, oder? Finde ich auch. Finde ich auch. Wo fangen wir an am besten hier? Ob. Upsala. Hier rechts. Und zwar, nehmen wir den Stein noch mit in unser Gebiet, oder nicht? Ich würde ja sagen. Und den Ausgang brauchen wir dann, damit wir auch rauskommen. Oder springen wir mal rüber. Das weiß ich jetzt noch nicht. Mauer, 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 Mauer. Wo waren sie? Wir müssen einmal durchklicken. Ich habe es vergessen. Eigene Wand nicht. Ach, Verteidigung. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Ja. Ich hatte ja gesagt, wir wollen erst mal die hier. Und davor setzen wir dann die hier. Bauen wir den mit rein, oder nicht? Wir setzen mal hier mit an. Genau hier setzen wir an. So. So. Wenn wir dann hier was vorsetzen, da reicht die Reichweite nicht. Nee, okay. Müssen wir ändern. Müssen wir dichter ran, sonst haut das nicht hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir müssen dichter ran. Oder wir bauen nur die kleine. Jetzt bin ich, jetzt bin ich. Überfragt. Aber, ich hatte mir das so schön mit einer Doppelwand vorgestellt. Aber wahrscheinlich wird das kleine Ding auch schon uns reichen. Hm. Kann mir mal jemand sagen, wie ich es machen soll? Hallo, hallo, ist da jemand? Hört mir überhaupt jemand zu? Wahrscheinlich nicht. Gut. Danke für die Mitarbeit, meine Lieben. Danke für die Mitarbeit. Okay. Ich habe mich entschieden. Wir machen nur die kleine. Obwohl ich es so schön geplant hatte und euch sogar schon bildlich gezeigt hatte. Aber nun gut. Wie sage ich immer so schön, Pläne sind da, um sie zu ändern. So. Setzen wir trotzdem hier ran, würde ich sagen. Ja, das passt. Gleich noch ein daneben. So. Da darf keine Lücke entstehen. Ist sogar einigermaßen gerade. So, und dann eins hier rein. Huch. Dann haben wir die erste Ecke schon fertig. Huch, das war zu weit. Noch einmal von vorne. So. Langsam, Erik, langsam. So. Geht das so? Das passt, glaube ich, ganz gut. So, okay, wir bauen die mal und dann gucken wir, wie es aussieht. Pläne sind immer da, um sie zu ändern. So. Den lassen wir noch liegen. Sind schon ja fast alle Bäume leer hier. Nee, oder? Nee, da liegen noch genug. Da liegen noch genug, meine Lieben. Ach so, wir können nur zwei. Jetzt will Erik aber übertreiben. Wir werden gleich vier Stücke nehmen. So, der Schatten verrät uns wieder. Es wird dunkel. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt schlafen gehen können. Wie immer. Die üblichen Probleme kennen wir ja mittlerweile. Das heißt, dass... Oh Gott, Erik. Oh ja, das hatten wir aber auch schon geklärt. Er ist nicht in der Lage, aus Fehlern zu lernen. So, Lampen bauen wir uns dann noch schön oben. Vielleicht machen wir uns oben auch im Zaun, damit wir nicht aus Versehen runterfallen, weil das wird ihm wahrscheinlich des Öfteren passieren, wenn wir da nicht genug aufpassen. Aber ich kann mich ja auch nicht grundsätzlich um alles kümmern. Ein bisschen muss er auch mitarbeiten, aber das interessiert ihn meistens nicht. Und er macht trotzdem... Ah ja. So, passt noch einer? Natürlich nicht. So. Einmal wenden und Gas geben. Kommen wir hier durch. Platz da, Erik kommt. Platz da. So, machen wir mal die Ecke da zuerst. Das wird gut aussehen. Das wird gut aussehen. Hier haben wir jetzt nicht so viel Platz gelassen, aber vorn hin machen wir uns einen schönen, damit wir schönen Platz haben. Da gehen wir dann halb im Wald wahrscheinlich noch mit rein. Oh, kann ich hier mal durch? Dann, komm. Einer noch. Einer noch. So, katsching. Sehr schön. Das höre ich am liebsten hier in dem Spiel. So, und noch eine Tour. Und ihr wisst ja, meine Lieben, Geduld ist eine Tugend. Alles schön entspannt. Hier liegt einer, da liegen noch ein paar. Oh, Erik kriegt so langsam Hunger, sehe ich. Mann, ihr arbeitet auch null mit. Ihr könnt mir ja auch mal Bescheid sagen. Alles muss ich alleine machen. Ach so, ihr könnt ja trotzdem mal das Feuerzeug dann sehen, weil wenigstens die kleinen Sachen hier. Da hinten sehe ich noch was. Haben wir schon alle aufgebraucht, das ging ja schnell. So, da oben sehe ich noch einen. Und hier war da noch einer. Da liegt sogar noch einer, okay. So. Wo seid ihr? Baumstämme. Hier sehe ich keinen mehr. Huch, sind wir gut abgeräumt. So, da oben lag aber glaube ich noch irgendwo einer, ne? Irgendwo lag doch hier noch einer, da ist er. Ne, kein Stein. Stein brauchen wir nicht. Ich hoffe, ihr seht genug. Wir gucken gleich mal, ob wir schlafen gehen können. Oh, jetzt ist es doof mit sehen, weil, nimmt er trotzdem die Taschenlampe in die Hand? Ja, okay. Ach so, also Feuerzeug meint, nicht Taschenlampe. Ach, guck mal, wie schön es da oben her leuchtet. Schön, schön, schön. Oh, hallo, können wir mal hier durch, bitte? Danke. Und reinsetzen. Zwei noch, haben wir. Katsching. Rückwärtsgang und hier mal einsetzen. Pflicht bitte. So rückt uns die Daumen, dass wir schlafen gehen können. Das wäre natürlich perfekt. Und rüber da, Erik. Halb so wild. Wir machen mal das normal. So, jetzt konzentrier dich und spring. Ja. Oh, wir können schlafen, Leute. Wir können schlafen. Oh, jetzt haben wir nicht mal unser neues Bett dafür genommen. Ich dooze. Das sieht gut aus. Sehr schön. Und es ist halt, oh, das ist nicht die Tür. Hä? Da ist die Tür. Jetzt war ich aber irritiert. Wir machen mal kurz Essen. Happa, happa. Was haben wir denn auf der Hand? Oh, schön, schön, schön. Das sieht doch gut aus. Wollen wir einen Hasen? Wir essen einen Hasen. Yummy. Und eigentlich müsste hier ein bisschen was zu trinken drin sein. Aber natürlich nicht. Warum auch? Haben wir hier noch was? Ja. Trinken wir erst mal. Dann warten wir auf unser Essen. Oh, jetzt habe ich zwei Hasen aufgelegt. Naja. Tägliche Gartenarbeit. Wie ihr kennt es mittlerweile. Solange das Essen nicht fertig ist, hampeln wir hier ein bisschen rum. Oh, da ist noch eine. Hier unser kleinen Hasen, den wir gefangen haben. Wie sieht die... Hey, Erik. Gartenarbeit muss man schon präzise und genau machen. Sonst kommt das Unkraut wieder. Ist das ein Hase? Ist kein Hase. Naja, lassen wir den mal frei. Obwohl, der rennt uns dann gleich wieder in die Falle. Egal. Egal. Oh, jetzt war ich irritiert. Warum dann Hasen? So, Erik geht es wieder gut? Kann losgehen und weitergehen. Fuh sparen, Fuh fällen wir jetzt so. Wir machen da. Die paar Dinger hier noch. Kettensäge und los geht's, Erik. Schöne Entspannung. Heute können wir ja mal, wie ich schon so oft gesagt habe, die To-Do-Liste uns mal angucken. Oh, hey, 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 was tust du hier? Oh, oh, die treffen uns nicht. Sehr schön. Ja, heute können wir mal die To-Do-Liste angucken. Aber jetzt noch nicht. Gleich, später. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So, und den hier noch. Ja, reicht erst mal. Das reicht erst mal. So, Baum fällt. Unsere Karre ist relativ weit weg. Ach komm, die können wir mal kurz mit der Hand nehmen. Und dann weiter geht's. Oh Gott, hier steht ja echt viel Müll rum. Hat er das schon losgelassen? Ja. Oh Gott, die ganzen Stühle und alles. Oh, das müssen wir irgendwie mehr aufräumen. Kann man das aufräumen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wenn wir alles hier hinschieben, auf einen Haufen, dann liegt das wahrscheinlich beim nächsten Abspeichern wieder da rum, ne? So, hier kommen die Stühle hin, wenn wir welche sehen. Da ist der Wagen, pack auf da. Da, da. Nein, nicht den Stein. Nicht den Stein. Erik, nicht den Stein. So. Hier, da und da. Hier liegt so viel rum. Ich sehe, alles gar nicht hier so. Mal alles abhauen hier. So, so, so. Schon ein bisschen besser. Ein bisschen. Kleines bisschen, gar nicht. Ein Stückchen Verschwendung, aber die sind beim nächsten Mal wieder eh da. Das ganze Unkraut, was hier wächst. So, da liegen noch welche. Na los, Erik. Schnaufe hier nicht rum. Warte mal, war hier nicht eben ein Gebüsch? Habe ich das kaputtgehauen, das Gebüsch? Das wäre doof. Das waren nämlich gute Bären, die wir hätten essen können. Anschein kaputtgehauen. Baumstämme, Baumstämme da. Oh Gott, jetzt habe ich gesucht, obwohl keiner mehr draufpasst. So, geh mal hier aus dem Weg, Müll. Geh mal bitte aus dem Weg. Du auch. So. Anderslang. Oh Gott, Erik, du machst gruselige Sachen. Gruselige Dinge tust du. Sechs, sieben, acht. Und die Nummer neun. So, das sieht schon gut aus. Müssen wir mal gucken, kommt man hier durch? Nee. Kommt man nicht. Wenn die nicht gerade da hochrennen und dann rüberspringen, kommen die da eigentlich nicht durch. Sagen wir es so, ne? So, unser selbstgeschriebenes Survival-Buch. Und ein bisschen drehlegig. Reicht das schon? Nee, genau. Wir hängen hier fest. Warum hängen? Nein. Erik macht sich wieder selbstständig. Ein bisschen noch drehen. Ja, so passt mir das gut. Dann setzen wir da wieder drei ran. Oder zwei besser gesagt. Konzentration, meine Lieben, Konzentration. Das sieht gut aus. Oh, perfekt. Eine Linie. Wow, das wird richtig schön gerade. So. Ob ich den jetzt auch so gut gesetzt kriege? Das sieht echt schön aus. Das haben wir gut hinbekommen. Hau mal den Wagen hier nochmal voll. Oh, hier hinten liegen noch ein paar. Das müssen wir uns gleich durchkämpfen mit dem Wagen. Also, bitte loslassen, Erik. Loslassen. So. Und weiter geht der Spaß. Und ich bin beeindruckt. Wir haben so viel Ruhe heute gehabt. Schön, dass das Spiel mal macht, was ich möchte. Nicht, was ich spielen möchte. Vogel. Hey, bekämpft ihr euch hier gerade? Oder was tut ihr da? Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Oh, den will ich haben, die Feder. So. Einer noch. Katsching. Und hier, den setzt man da noch rein. Und da. Könnt ihr hier mal aus meinem Weg gehen. Ihr nervt ein bisschen, ihr Vögel. Vogel. Vogels? Vogel. Vogel. So, müssen wir uns mal hier irgendwie zwischenkämpfen. Da lang. Und da hinten liegen sie. Ja gut. Den nehme ich jetzt auch mal mit. So. Ich dachte, ich hätte eben das Gebüsch gesehen, was ich gefunden habe. Gesucht hatte eben. Ach Gott, manchmal steht man aber auch auf dem Schlauch. Und man findet hier dann gar nichts mehr wieder. So, hier, da. Es wird so schön ausatmen. Hier könnt ihr mal alle weggehen. Ihr nervt mich alle. Welche hier runtergerollt? Nicht, dass ich sehe. Okay. Bitte draufpacken, danke. Und alles hier mal abhammeln. Hier stört. Ihr stört alle. So, da liegt noch einer. So, da liegt noch einer. Was haben wir hinten noch? Kriegen hier noch welche? Dann haben wir die auch schon alle kaputt gehauen und verbaut. Okay, dann müssen wir gleich wieder fällen. Andersrum. Und gib Gas. Oh Gott. Oh, rüber da mit dir. So. Unsere Festung wird riesengroß und sie wird gut aussehen. Und ihr werdet nichts zu meckern haben. Gar nichts. So, jetzt fahren wir mal da hinten hin. Und fällen da noch ein bisschen. So, erstmal die Gebüsche hier abhauen. Nervt mich alle nicht. Kette, wie viel haben wir noch? Wie viel Gas? Die Hälfte. Knapp die Hälfte. Ja, fällt. Baum fällt. Der hat ein bisschen länger gedauert. Der fällt auch. Sehr gut. Da rennt nur ein Reh. Brauchen wir keine Angst haben. Die Rehs sind alle lieb. Alle lieb. Ja, wir hauen hier so viel ab. Das macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß. Alles fällen, was geht. Ein Traum. Schön. Den nehmen wir auch noch. Oh Gott, ich kann gerade nicht aufhören. Wir machen den hier und den da auch noch. Und den hier noch. Oh, da fallen sie schon. Oh Gott. Oh, Achtung, 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 Achtung. Oh Gott, der hat uns jetzt fast trotzdem getroffen. So, das sieht gut aus. Am lieb, würde ich weitermachen, aber ich würde euch ja natürlich auch nicht auf die Nerven gehen damit. So, äh, Wagen. Und da. Oh, drin ist Vögel. Keine Angst. Ich sehe die ganzen Baumstämme hier vor lauter Baumstämmen gar nicht. Das gebe ich schon mal bitte auch ab. Das bringt schön viele Stöckchen. Aber können wir jetzt nicht gebrauchen. Ja, weg hier, weg hier. Ich brauche freie Sicht. So. Oh, guck mal, schön. Da haben wir auch eine gute Aussicht auf den Ritualbaum. Sehr schön. Gefällt mir. Oh, nicht zu weit, Ehring. Sonst kriege ich es wieder Aua. So. Hunger haben wir und Durst haben wir. Hoch. Gehen wir gleich mal. Ich hatte, glaube ich, zwei Hasen aufs Feuer gelegt. Gehen wir gleich mal nachgucken. Hoch. Loslassen und einbauen. Katschi. Sehr gut. Wir gehen mal kurz aufs Feuer gucken. Das sieht doch schon schön aus. Sehr, sehr schön. Unkraut machen wir weg. Stühle kommen da hinten hin. Wo haben wir die Stühle? Da. Stuhl geht da rüber. Ich brauche hier Ordnung. So, Stühle kommen hier rüber. Sehr schön. Können die aber, die können sich ja hier, die Kannibalen können sich ja dann hier raufsetzen und uns beim Bauen beobachten. Oh, nee. Jetzt ist der umgefallen. Naja, gut. Wir richten den hier mal. Oh, nee. Okay. Naja. Haben wir keine Sitzplätze halt für die. Oh, Gott. Hört bitte auf, hier alle rumzurutschen. Nervt mich. Ist das fertig? Das ist fertig. Guck mal. Perfekt. Obwohl das auch gar nicht so viel gebracht hat, das Happaschen. Aber ist nicht so schlimm. Immerhin ein wenig. So, der Wagen steht ein bisschen im Weg. Gehen wir ein bisschen da lang. So. Können wir alles hier nicht gebrauchen. So. Und noch mehr davon. Das ist richtig rum. Ja, passt. Noch eins. Ein bisschen nach vorne. Ja. Passt perfekt. Wow. Das wird richtig gut aussehen. Ich bin jetzt schon begeistert. So. Konzentration. Und sitzen. Sehr gut. Na los, Erik. Haben wir den richtigen? Nicht die Stöcke. Stöckchen brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Einer noch. Perfekt. Einen haben wir noch drauf. Ja, sehr schön. Laufen wir mal ohne Wagen. Die liegen relativ dicht dran. Und die weiter hinten nehmen wir dann wieder mit Wagen. Okay, jetzt laufe ich schon wieder viel zu weit ohne Wagen. Warum liegen die da hinten? Die sind bestimmt gerollt. Rolle, 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 mein Baumstamm. Rolle, 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 mein Baumstamm. Oh, wir trinken mal was. Erik geht mir hier schon wieder auf die Nerven. So. Oh, zwei Stücklinge hier sogar noch. Spring, Erik. Lauf und spring und alles am besten gleichzeitig. Und schneller. Es springt schneller wie Rennen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß das nicht. So. So langsam nimmt das doch alles Form an. Oh, sehr schön. Katzini. Sehe ich hier noch welche? Da. Oh, jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Da. Da noch einer. Und da haben wir noch einen. Wunderschön entspannt. Haben wir da oben überhaupt noch welche? Ich weiß das kann nicht. Wir gehen mal mit dem Wagen gucken. Erik. Wie wäre es, wenn du nicht einfach alles isst, was du siehst? Was hat er denn überhaupt gegessen? Das hier war ja. Die sind giftig. Die hauen wir mal ab. Unmöglich, Erik. Oh, oh, oh. Okay, wir machen den noch fertig. Und dann gucken wir uns mal die To-Do-Liste an. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Das war schon wieder so weit weg aus meinem Kopf. Oh, hier liegen noch schön viele. Sehr gut. Sehr gut. Ich muss jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf wiederholen. To-Do-Liste, 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 damit ich nicht vergesse. So, To-Do-Liste, 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 sagt es mal ganz oft hintereinander, da kriegt man gar nicht so gut hin. Da noch. Ist das Ding voll? Ja, natürlich. So, und einmal rückwärts, bitte. Oh, mach's da am Weg. So. Sehr gut. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall hier dran weiterbauen. Und zwar werden wir... Wie weit gehen wir denn? Ja, ich glaube, bis ungefähr hier so. Dann haben wir eine schöne Innenfläche bei uns. Das ist gut. Das würde ganz gut sein, denke ich, ja. So, wir gucken uns jetzt mal das Büchlein an. Habe ich nicht vergessen. Ich bin gut. So, die ganzen Seiten kennen wir ja. Das haben wir auch schon gesehen. SOS können wir auch noch bauen, wenn wir hier eine schöne Fläche haben. Ob es uns was bringt, weiß ich nicht. Aber es würde cool aussehen, denke ich. Oh, hier sind die Totems, die wir bauen können mit deren Körperteilen. Und ich glaube, die sind dann verschreckt auf jeden Fall. Ein bisschen verschreckt, glaube ich schon, dass die dann sind. SOS und das, ja. Gehen wir hier mal weiter. Oh, guckt mal, hier ist unsere... Das ist die To-Do-Liste. Finde, Timmy. Das wird natürlich bis zum Ende dastehen. Baue dein Lager. Haben wir? Finde und koche Essen. Das haben wir auch. Baue eine Verteidigungsanlage. Also eine Falle für die Kannibalen. Das werden wir auch noch machen. Finde einen Weg, die fällt... Was? Einen Weg, die Felsband. Okay. Haben wir anscheinend auch schon. Weiß ich nicht, was die damit meinen. Finde einen Weg in den Kessel. Die meinen den Krater wahrscheinlich damit, ne? Das werden wir auch noch schaffen. Ob wir runterrutschen oder durch eine Höhle dahin kommen, werden wir denn sehen. Finde die vermissten Flugzeuggäste. Passagiere. Sorry. Haben wir denn eigentlich die... Wir sind gleich wieder im Buch. Haben wir die schon, die Liste? Wie viel brauchen wir denn noch? Oh, wir haben noch gar nicht so viele. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, wenn ich mich nicht... Ach, da oben, ach. Ja, da steht der 27 von 43. Da haben wir also auch noch ein bisschen was vor. So, Passagiere haben wir. Höhlenerkundigen haben wir auch schon gemacht. Das haben wir auch schon. Ich weiß nicht ganz, was die mit hängende und feuchte und tote Höhle meinen, aber wir haben es geschafft auf jeden Fall. Das ist ja schon mal gut, ne? Erforsche die hängende Höhle. Haben wir auch. Weiter. Ich verstehe es nicht ganz, aber es ist nicht so schlimm. Die Unterwasserhöhle haben wir anscheinend auch schon. Erkundehöhle auf Felsvorsprung. Weiß ich nicht, was die damit meinen, aber wir werden es schaffen. Erkunde Wasserfallhöhle. Okay. Kriegen wir auch noch hin, denke ich. Und hier wird, glaube ich, alles noch voll sein mit Aufgaben, die wir zu machen haben. Aber das kommt immer alles nach und nach. Dann blättern wir mal hier weiter. 25. Tag überlegt. Wir sind ein bisschen hungrig. Gesundheit ist okay. Stärke auch. Gewicht. Athletik. Das sieht alles gut aus. Bedingungen. Infiziert. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Was? Wir sind infiziert. Wir essen mal ein paar Stück. Wenn es ihm dann hilft. Und jetzt gucken wir mal nochmal, was da jetzt steht. Gut. Anscheinend waren wir infiziert. Was haben wir denn für Müll gegessen, dass wir infiziert waren? Ja, satt sind wir nicht würdig. Das ist auch okay. Kälteschutz und Tarnung brauchen wir jetzt noch nicht. Kälteschutz brauchen wir erst, wenn wir auf den Schneeberg gehen. Was wir auch noch tun werden. Das wissen wir, wie das funktioniert. Molotovs. Und wie war das hier herstellen? So. Das ist auch cool. Was wir alle schon gefunden haben und was nicht. Aloe Vera müsste eigentlich farbig sein, weil das haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Aber gut. Vielleicht meinen die andere Aloe Vera. Fliegenpilz haben wir schon. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen was zu suchen. Krokodil hatten wir eigentlich auch schon, denn das hat uns angegriffen, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und Wildschweine wird noch sehr schwierig. Alles andere haben wir hier vorne. Das ist cool. Waschbärben. Schneehasen werden wir noch ein bisschen brauchen, bis wir das gefunden haben. Ja gut, Fischarten. Das dauert auch noch eine ganze Weile. So oft sind wir nicht im Wasser. Das sind die ganzen Sachen, die wir zwischendurch mal gefunden haben in den Höhlen. Bin ich jede Seite durch? Ne, noch nicht ganz. Da ist aber nichts weiter. Und dann gehen wir mal hier hin. Das sind die neuen Sachen, die wir bauen können. Das ist richtig cool. So ein Kreuz, ein Sarg und eine Kirsche. Die werden wir hier auf jeden Fall noch platzieren. Das ist mega cool. So, haben wir erstmal alles durch, würde ich sagen. Wir gucken hier irgendwann so in, wenn ich, naja, ich wollte gerade eine Zeitangabe machen, was aber schwachsinnig wäre, weil ich es wahrscheinlich eh immer mal wieder vergessen werde. Huch, hat hier gerade was geleuchtet? Ne, das waren nur die Steine. Wir gucken immer mal wieder ins Buch rein und gucken, was wir also zu tun haben, wie viele Passagiere wir haben, ob wir neue Sachen bauen können. Aber, meine Lieben, für heute reicht es erstmal. Ich gehe im Bett abspeichern für uns. Oder auch nicht. Warte, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich speichere ab für uns. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.